Irrtum, Malheur, Patzer, Fehltritt, Missgeschick, Lapsus oder einfach nur Mist. So nennen wir das, wenn wir Fehler machen. Fehler will wirklich niemand haben. Sie sind verpönt und gelten als Schwäche. Sie lassen uns unfähig dastehen. Wer Fehler macht, ist nicht gut in dem, was er tut. Und damit quälen wir uns selbst, denn in der Regel ist es Angst, die unseren Umgang mit Fehlern prägt. Dabei können wir Fehler gar nicht ausschließen. Das Leben besteht nun mal aus Versuch und Irrtum. Als sie ein kleines Kind waren und laufen lernten, wie viele Male sind sie auf die Nase gefallen? Sie haben geweint und waren unzufrieden, ich bin ganz sicher. Aber sie haben nicht aufgegeben, denn heute können sie laufen, oder? Theoretisch ist das auch den meisten klar. In der Praxis aber weckt jeder Fehler die Angst vor möglichen Konsequenzen und wird so gut wie möglich unter den Teppich gekehrt oder auch mal anderen in die Schuhe geschoben, um zu garantieren, dass der Fehltritt für immer unentdeckt bleibt. Es lohnt sich, den Umgang mit Fehlern zu überdenken und zu verbessern. Die Sache von der anderen Seite zu betrachten, sich nicht über einen gemachten Fehler zu ärgern, sondern die Chancen dahinter zu erkennen. Fehlerfreies Handeln steht für Perfektion und die halten wir für erstrebenswert. Was dabei außer Acht gelassen wird, ist die Möglichkeit der Entwicklung. Zwar mag es gerade im beruflichen Kontext wichtig sein, in bestimmten Situationen keinen Fehler zu machen, der ein Ergebnis verschlechtern könnte, doch nur an solchen Fehlern können auch unsere Fähigkeiten wachsen. Wer alles immer scheinbar richtig macht, muss sich nie hinterfragen, nie dazulernen oder sein Handeln erklären. Er vergibt schlichtweg die Chance, seine Stärken noch weiter zu verbessern oder an bisher unerkannten Schwächen zu arbeiten. Eine gefestigte Persönlichkeit kann sich nur dann entwickeln, wenn sie sich auch mit den eigenen Fehlern auseinandersetzen muss. Eine positivere Einstellung gegenüber Fehlern und der feste Glaube, dass man nach einem Rückschlag wieder aufstehen kann, entsteht, wenn man mit diesem konfrontiert wurde und gelernt hat, dass es weitergeht, wenn wir unsere eigenen inneren Hürden überwinden. Fehler machen also erfolgreicher? Ja, in der Tat, denn nun wissen Sie, was nicht funktioniert, wo eventuell Potenzial besteht oder welche Ideen noch einmal überdacht werden sollten. Mit anderen Worten, mit jedem Fehler nähern Sie sich Ihrem Erfolg weiter an und schließen Alternativen, die nicht funktioniert haben, aus. Wir müssen Sie ja nicht mögen, die Fehler, aber wir können Sie akzeptieren. So tragen Sie zur Selbstreflexion bei und schärfen das eigene Selbstbild auf eine Weise, die Erfolg nicht bieten kann. Gleichzeitig ist es eine Frage des Selbstvertrauens und des Durchhaltevermögens, es immer wieder zu versuchen. Und das wünsche ich Ihnen herzlichst, Ihre Claudia Bechert.